Danke. Geh doch. Hm, muss meine Maus da. Ja, das gibt's hier nicht. Oh, das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Ja, das ist doch nicht so. Ja. Ah, das ist doch nicht so. So. Fünf, sechs, acht fast. Was sind die? Die. Warte, jetzt. Ach so, irgendwie soll ich die Klappe halten. Soll ich ein 80% Wort machen? Ja, das ist doch nicht so. Ja, das ist doch nicht so. Vielleicht wird es schützt wie ein Diablo. Wie ist das? Oh, wie ist das? Wie ist das? Hier liegen immer. Ah, hier liegen immer auch. Okay. Okay. Nie verkehrt, solange man kein Buch hat. Oh, noch mehr Bücher. Ach so, aber keine Library. So, dann bin ich hier. Wie. Charge Board, nice. Identify ist auch hier. So. Wie, wie Stu aus dem Background. Danke, Yuki. Die Stimme aus dem Background ist übrigens Haschi. Die Stimme aus dem Background ist übrigens Haschi. Natürlich trifft es wieder nicht. Das war jetzt ein Warnungsstil. Ja, das war ein Warnungsstil. Das war überhaupt nicht. Das war's. Wow, kitty. Das war's. Das war's, hier. Jetzt mal mit Gefühle. Wow. Really? Oh, nix. Was? Ja, ja. Habe ich ja wieder one-chottet die Sau. Kannst du nicht direkt neu starten? Ja, ich habe dich gefeiert. Das ist das Problem. Ja, das ist passiert. Ich habe eine Säule für die Antworten. Und der Stream-Bot haut natürlich die richtige Meldung dazu raus. Ne? Ihr fühlt euch ungerecht behandelt oder zu Unrecht gewandt? Dann setzt euch mit uns zu mehr E-Mails mit Verbindung. Übrigens, jede Beschwerde die über diese E-Mail reinkommt, landet bei mir. Das heißt, ich müsste sie auch noch selber bearbeiten. Ja, viel zu, viel zu hastig, ne? Also... Nee, du musst dich ja arbeiten. Nee! Zwei-Mana-Pöre hier. Na ja, Luxus. Noch ein Mana-Port. Was ist denn hier los? Äh, ja, selbstverständlich habe ich 14 Tage Bearbeitungszeit, Yuki. Und wenn die 14 Tage rum sind und ich nichts gemacht habe, habe ich neue 14 Tage. Wow. Das überholt sich übrigens so lange, bis der automatische Entleerer des Abfalleimers kommt. Wow. Und dann gilt das automatisch als bearbeitet. Ach, warum ist denn alles dort schon voll, die alten Nervensegel? Ja, genau. Automatische Weiterleitung in den Schredder. Man muss nur aufpassen, dass der Postmeister nicht kommt und das wieder vorbeibringt. Ich habe dir was aus dem Meter gefischt. Aber was machst du überhaupt da im Meter? Und da war unser Mana schon fast empty. Und da war unser Mana schon fast empty. Die ist normal nicht nach Berlin. Was könnten seedchen einfach mal dazu? Die ist ein Abfalleimers Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zwar nicht ganz so viel, aber wenigstens etwas. Nick Nur! Einen wunderschönen guten Morgen! Guten Morgen! Wir wollen versuchen... Es ist ab 18. Aber es sollte halt nicht zu stark aufschwangen. Aua! Ja, also wir haben schon einen Spielraum. Aber es sollte sich in Grenzen halten. Wir machen hier ja schließlich einen Charity-Stream. Okay, okay! So... Hm, oder? Ah, Mist! Nein, Dude! Nein! Was sagen ich? Immer drauf! Hm, vielleicht Level ab! Oh! Nicht sterben! Danke! Oh! Das freut mich aber zu hören, Kitty! Nein, also wenn es zu weit ausschweift, dann wird man schon drauf... Äh, dann macht man dich schon drauf aufmerksam. Aber... Ja, wenn es zu weit geht, dann sagt man was und dann ist gut. Aber es sollte halt nichts zu stark überhand nehmen. Nachdem es Wambas gesagt hat. Skullcap! Wir können dich fragen... Das haben wir gleich. Obwohl es Eri ungewandt. Genau so ist es, Kitty. Alles chill hier. Danke! 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 Oh, nein, Batsch! Oh, nein! Kostet viel Mala! Keine Zeit für ihn! Oh, nein! Teepee sprawl! Easy! Oh! 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 haben wir spiel ob wir keine library Ullipot Ullipot Oh, Lirikur, die sagen Wenn wir soweit sind Was? Hashi, Katzenmüro, bitte wann, Kappa Ich bin gerade am überlegen, was Ich bin gerade am überlegen, was ich dazu sagen soll Boah, das ist schon hart schockierend Ich bin ein wenig brachlos Bildungslücke eigentlich, so im Großen und Ganzen Ja, eigentlich schon, ne? Der Urvater der Hellen Ich meine, okay Ich meine, okay, vielleicht wegen dem Alter Diablo 1 nicht unbedingt, ne? Es ist dann schon kritisch, aber es wäre noch im Rahmen Wenn er wenigstens sagen würde, er kennt Diablo 2 oder 3 Wäre das noch im Rahmen Was? Ich habe schon wieder so tiefes Ohr gehabt Ja, ja, ich weiß Für dich existiert Version 3 nicht Was? Was? Schon wieder, die schlägt ganz schlecht verstanden Irgendwann stimmelt der Mikro nicht, Hashi Ja, ja, genau Ja, ja, genau Ja, MacMirror Ich kenne Neverwinter Was denkst du, was Ja, äh Wo hat Neverwinter passiert? Waldo Skate Icewind Dale Wiese nicht alle heißen Gute kenne ich den Leiden mal hier noch etwas zu lassen Los Ja, aber Neverwinter ist nicht mal ansatzweise so geil wie Diablo. Was? Siehst du das anders? Ja, Neverwinter basiert halt auf D&D, aber Haganslay-technisch ist es halt von Diablo, wenn du so siehst. Ja, ja klar. Oh, Sakrit war auch cool. Auf jeden Fall. Hab ich damals noch nicht so aktiv gespielt wie Diablo. Was? 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 Du zeigst das auch? Wirken mal! Anna! Was? Ich bin auch kein- WC3, Stardrive, Diablo, Einfach alles Kitty, Hau raus! Ihr mein König? Also ich habe euch nicht gewählt. Meine Topenkopfschmerzen bringen mich um. Die Dunkelheit braucht DSL, der Anschluss ist dauernd besetzt. Ich sehe nur Schmerzen. Oh, ich habe die Kapuze unten. Geht schon gut sprechen. 400 Gold ist gut. ióh! So, ich glaube das ist Schell aus. Mue, 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 mue! Die Müll-Song, konzert bei Exo. Müll müll müll. Wer arbeitet? Wer arbeitet? Jaaaannn. Oh my god, I'm right. Oh, that's not a reason. Was mit Mana, oder? Ja, erstmal. Auch vielleicht für 2-3 Minuten, ne? Wird schon mehr sein, aber... Das Problem ist, ich habe keinen Blitz-Cast. Den ist nicht so optimal. Ich habe offenbar sein Buch droppt. Und... Vorzugsweise... Vorzugsweise Chargeboard oder Lightning. Ja... Der da ist dämlich. Der da auch. Oh Gott, wenn die Idiots schon da sind, die Dark One... Da gibt's Jester's Grip. Helft mir, euch zu helfen. Oh Gott. Not enough Mana. Not enough Mana. Und da... Oh Gott. Ja... Oh Gott. Ich... Willst du mich grad verarschen, Garmit? Shit! Der steht jetzt, äh... Verdammt! Das ist zu gut für dich! Danke! Ich hab mein Tiger aus der zweiten Hand von Siegfried und Rogge! Was hoffe ich, wenn ich noch Flügel habe? Schreckens, Leute! Ja, ja! Eieiei! Steht Garret komplett im Weg? Äh, gibt's sogar nicht! Für den Ende der Weltzauber drücken Sie Steuerung, Alt, Entfernen! Steuerung, Alt, Entfernen! Für den Ende der Weltzauber drücken Sie Hahahaha Morgen, Mr. Tiger! Moin Tiger, grüß dich! Der ist ein wenig! Ich kann nicht mehr mit mir Ich kann nicht mehr mit mir Ich habe ein Stein. Ich kann nicht mehr mit mir mit mir Ich kann nicht mehr mit mir mit mir Auf jeden Fall, Mr. Tiger! Definitiv! Ja, keine Frage! Ich liebe die Toten! Und zwar oft! Okay, okay! Yuki, du kannst auch andere Memes rausballern! Du kannst auch andere Memes rausballern! Gar kein Sehmer! Soviel zum Retten, Yuki hat sich erledigt! Hat aber auch nix, die bläht cool! Nischt satze! Die Ego-Malini, das gibt's gar nicht! Die Biskorl haben wir abpasst! Ja, man kriegt nicht viel, wenn man die Sterne reden kreist! Aber für Heilen geht man glatt zehn Tage in den Bau! Glaubt man Feenfeuer, lassen sie dich gleich wieder laufen! Das lohnt nicht mal wie Papierkram! Aber Reinkarnation! Mann! Da hast du sowas von die Arschkarte gezogen! Ja, auf jeden Fall! Das ist kein Kleid! Das ist die normale Schreckenslord-Uniform! Ich bin ein Schreckenslord! Kein Schreck-Transport! So, da sieht man mal, wie viel schneller man mit dem Mäge ist! Ich bin gespannt für den Flitzebogen! Neue Kramzen! Das war's für Rätsel! Das war's für heute. Wurde von der großen Metallhand im Himmel auserwählt! Och, Yuki! Lass doch aber wenigstens den Stream laufen! Nein, Spaß! Ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May! Oh, Firewall-Buffs, ja! Das ist so, was Griswold wollte! Oh, Firewall-Buffs, ja! Das ist so nice! Das ist ein Tiger! Dich kann ein ... 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 11 charges ja moin das ist ja gar nichts hey 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 ja ne, da geht es nicht weiter, obwohl ein langer Gang ist, hm? Nö, gut, dann halt nicht So, und jetzt leveln 0 12 brauchen wir mindestens Hilfe, Hilfe, ich werde unzerdrückt Ach ja, die Warquifth-Sounds sind immer geil. Kennt ihr noch solche Sprüche aus irgendwelchen anderen Spielen außer Warquifth und Starquifth? Mir würde spontan jetzt keins einfallen, muss ich gestehen. Sein. Hm. Musashi-Fragen. Zeige, was willst du denn genau wissen? Wenn du sagst, du hast eine Menge Puffer in beide Richtungen, dann... Dann, dann, dann... Ja, ich wollte gerade sagen, dann 200% confirmed. Von mir aus, mach das. Wenn du Lust dazu hast. Wenn du so viel Zeit dafür hast. Also, wir sind davon ausgegangen, dass es eventuell passieren könnte, dass man vielleicht einen One wiederholt und deswegen ein bisschen mehr eingeplant. Weil man vielleicht irgendwie scheiße, äh, irgendwas gemacht hat, irgendwie was doof gelaufen ist und dann lieber sagt, ich fahre nochmal neu an. Deswegen haben wir da entsprechend mehr Zeit eingeplant für euch. Ich weiß nicht, was du meinst. Run 1 wäre eher verbessert. Run 2, eine Stunde über PB. Genug Zeit, um noch ein Run 1 zu machen. Run 3, was kommt hier raus? Ja? Ja, okay. Äh, das ist gut schwer. Tatsächlich. 1 von 10 points, nice. Also, im Krieger in Band, stimmt ja. Ich habe den Oro gebracht, ja genau. Fast every recovery. Wow, what can I do for you? Ich bräuchte ein Dings, ein Blitzbuch, sonst habe ich ein Problem. I sense a soul in search of answers. So, da haben wir noch so einen Zauber. Achso, ich verstehe, Tiger. Ähm. Was hast du denn jetzt im Kopf geplant? Apostel Biscuits. Ich so einen Entzellung stehst du für zwei... Was hat mir denn da geschrieben? Postel Biscuits. Benjam. educated wounded. Ähm. Actual. Man. Genau, Vini hat mir geschrieben, du hast eine Estimates mit eineinhalb Stunden, Stunde 40 und zwei Stunden kriegst du gefüllt. Hat er mir geschrieben. Naja, wenn Vini da ist, kann er gerne seinen Sonic Run sein, dann breche ich ab. Dann träge er noch mehr Luft. Da habe ich kein Problem mit. Ja, ja, Vini hat aber auch noch eine halbe Stunde mehr als eigentlich angegeben. Also, ich habe euch da echt viel Platz gegeben, muss ich gestehen. Kommt auf jeden Fall auf meine Liste, dass ich mich dann das nächste Mal mehr in euren Zeiten halte. Also, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein solltet, wollt, und je nachdem, warum wir das das nächste Mal machen. Oh, ey. Wie schrecklich ist ein Heelblock ab. Hm, ja, 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 ja. Ich habe mich gepostet, waaah. Was? Null. Nein, ich habe mich gepostet, waah. Ja, Tiger, ich weiß. Ich bin aber noch so einer, ich sag immer so, okay, ich hab SGDQ gesehen häufig und dann seh ich halt auch, dass auch da die Estimates mal eben ganz locker nochmal neu gestartet werden und dann überzieht man gerne. Boah. Deswegen habe ich da direkt von vornherein ein bisschen mehr Zeit eingeplant, damit ihr diese Möglichkeit problemlos habt. Ansonsten, wenn wenig dann gleich irgendwann da ist, kann man ja mal quatschen, wie das aussieht. Alter Angeber-Tiger. Du hast auch schon eine neue gestartet, gerade eben. Wollt ihr schon, ob ihr fertig war halt, ne? Oh, nöööö. Das war wieder ein bisschen sehr knapp. Okay. P.K.C., das ist echt hart. Wenn ein Run, der durchschnittlich 18 Minuten geht, nochmal 15 Minuten mit oben drauf packen als Puffer. Also ich hätte ja gesagt, 5 Minuten, höchstens 10, das hätte ich ja noch verstanden. Aber 15 Minuten bei einem 18 Minuten Run, durchschnittlich? Da wäre ja kein Heal-Zauber, aber halt Heal-Pörne kaufen. Dann habe ich so gut wie kein Gold, das ist schlecht. Hauptsache Firewall haben. Ja, solange die da ist, ne? Oh nein. Oh, warum kriege ich denn das Pack? Es gibt so viele andere. Naja, das Spiel hat Exo so sehr lieb, dass er heute schon einen neuen Sechleckon aufgestellt hat. Ich kann sagen, so sehr, dass es mich denn heute nicht. Ja, ne? Hier, Flugkraft und so. Zeigt seine Wirkung. Hat Exo direkt 8 Minuten Weltrekord erspart. Bei uns werden Weltrekorde gebrochen. Also Tiger, häng dich rein. Tiger ist schon der Mr. Funky Runner. Oh. Fucking Always. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. r äh, Tanninschmied ist alles risky und close und, ach halt auf ich weiß nicht was du meinst Tiger, Diablo hat kein RNG Nein! AMG in Diablo ist es... Ja... Kann ich überhaupt nicht verstehen, Tiger. Ist das so optimiert, der One, ja? Ja, das ist brutal. Okay. Das ist wirklich brutal. Nein, ich werde mir diesen One jetzt nicht angucken, weil es mich interessiert. Ich werde mir den One von Mr. Tiger angucken, damit ich kein schlechtes Gewissen nachher habe. Ja, das ist... ja... Das ist ein Monatanger. Lauf schneller! Ja... Ähm... Der Bot sagt direkt Nope. Aber wenn du mir sagst, was du posten möchtest, dann kann ich dir dafür gerne die Permission geben. Ah, was war denn? Mann, der Shield waren 16.000, ey. Das ist schon ein bisschen abartig. Ja, gerade wie die Fuchs. Mon handt schon. Tähtum 6.0 Leiniger. Ich werde mit schittet. Oh, Mann! Eigentlich 10€ Ich muss mal gucken So, jetzt will ich nicht mal so fallen sein Ach man, wie soll ich nicht einfach die Klappe Oh, wow, Kitty Aber nein, ich sehe auch nur Sternchen Du Ja, ich sehe auch Oh, woops Natürlich stehen da wieder zwei Campe um die Ecke, man kennt uns, ne? Das ist wie wenn der Jungle dich 24-7 abfarmt. Eieiei. Eieiei. Ach, wie gesagt, ich spiele mal, ich soll mir mal ein Library geben mit Büchern. Nein. Warum nicht? Warum? Das ist aber nicht sehr nett von dir. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ist klar, also wenn sowas neu ist, dann ist es halt echt schon krass. Das war's für mich. Ja gut, der Weg war umsonst. Ja gut, der Weg war. Ja gut, der Weg war, der Weg war, der Weg war, der Weg war. Never. Vorher schmeiß ich meinen PC aus dem Fenster. Aber warum denn Exo? Dass er verrotzt ist. Ach was? Doch, doch, doch. Du übertreibst. Doch. Nein. Never, Tiger, never. Hello, my friend. Stay a while and listen. I know it's all more. Wow, what can I do for you? Mach's jetzt nicht besser, Tiger. What ails you, my friend? Nee, nee. Never, never, never. Never, never, never. That Tiger and come for the immortal speedrun. I sense a soul in search of answers. Die hat aber auch wieder nichts gedreht, oh man, das ist ja kriminell. I sense a soul in search of answers. Hä? Ach, Adria hat wieder keine Bücher. I sense a soul in search of answers. I sense a soul in search of answers. Eierwoll. Ich brauche mal einen 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 Eierwoll. Die hätte doch noch nie Bücher gehabt. Doch. Weißt du doch. Doch. Und die Immortal Speedruns, Tiger, habe ich gehört. So ein komisches Handy-Game, was nach Verzweiflung schreit. Ach so, das meinst du? Ich weiß gar nicht überlegen, was du meinst. Und dann sagst du, du warst nach Verzweiflung schreit. Ach so, das. Ja, okay. See, goldtechnisch sieht nicht so geil aus. Okay. Whoa, wie viele sind hey, oder? Oder gibt es den? Auf jeden Fall, Tiger. Auf jeden Fall. Boah, geile Library. Geil. Dass ich das erleben darf. Das ist ja insane. Ich bin ja kaputt. Ach, warum läuft der wieder nach unten? Soll ich das aufheben? Soll ich das Gold aufheben, wenn überhaupt. Dann lebt keins. So, spiel ich hab gehört. Mana Shield Book. Wie's Augen gehen. Da fühl ich aber später ein Teleport-Programm. Mindestens. Oh. Scheiße. Dann blitzen wir mal ne Runde da durch. Ist auch okay. Das war's für heute. Gut, dass die Fächer überall hängen bleiben gefühlt. Okay, Anni auch. Ja, 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 war gut durch. Es sind genug Blitzefarbe da. Oh, ein Dunkaiot. Vor allem nicht die Chamber of Bones mit... Das wäre ein Safeguardian. Ja, komm, wir gehen nochmal schnell eine Ebene hoch und holen uns die Chamber of Bones. Das ist worth... Will das Verzeihblust sein, aber das ist okay. Ich kann überlegen, ob das blöde Buch stand. Mh, da nicht. Verdammt, das war eine Ebene 6. Okay, lohnt sich nicht. Ich... Na gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich liebe diese Fächer. Nicht. Ich bräuchte eigentlich nur Mana Shield, dann wäre alles fein. Oh, da gibt's so ein Problem. Oh, da gibt's so ein Problem. Oh, da gibt's so ein Problem. Da muss Ushun wohnen jetzt. Safe call. Wieder keine Armoury. Was ist denn hier los? Ich kann sagen, wir müssen noch was gedroppt. Nein, natürlich kannst du auch nur mehr. Das ist doch kein Scheiß. Über diese faulen Magier, ne? Immer dasselbe mit den Stoffis. Alter. Oh. 6 HP sind nicht viel. Oh, was der Wissen ist. Verdammt. Für Lichtssterben, nicht gut. Gucken wir, ob das alles rot verpasst. Alter, wie viele auch bei mir da sind. Komm raus. Okay, vielleicht gehen wir doch erst nochmal hoch. Mit so einem niedrigen Leben ist es nicht so, gell. Könnte in die Hose gehen nochmal. Hallo, mein Freund. Stay a while and listen. Uh, meins. Wow, was kann ich für dich tun? Das ist nicht ordentlich. Alle Spells zum Einzelkreast. Alle Spells zum Einzelkreast. Äh, wir sollten noch reparieren. Oh, wir müssen hier noch heilen. Alle Spells zum Einzelkreast. Das ist... Ja, doch, nimm man. Ach so, jetzt bringt er auf einmal 6.000. Vorher nicht. Natürlich. Wie viel zu günstig. Naja, da ist nicht viel mit günstig. I sense a soul in search of answers. Das dev ist nice. Das haben wir noch für sein Level Up. Ah, 30k. Ist okay. Wenn ich mit Mana Shield hole, habe ich halt null Cash für irgendwelche Potions, oder? Ne, ich würde jetzt genau hinkommen. Das kostet das Reparieren. An den 300 Schalter, ja, an den 300 Schalter tatsächlich. Ach, verdammt. Neue Rollen. Ich setze die Seine in der Suchen Antworten. Ich setze die Seine in der Suchen Antworten. Ich setze die Seine in der Suchen Antworten. Hier sind wir alle Rücksicht. Ich setze die Seine in der Suchen Antworten. Natürlich geht's jetzt mit den Lieblings. Ich erscheide sie doch nicht. Haha! Perfekt. Okay, dann brauchen wir jetzt prinzipiell eh keine Gedanken mehr machen. Fünf, sechs, sieben. Oh, ich würde sagen, damit haben wir einen Runder. Jetzt habe ich noch eine halbe Stunde. Okay, dann schaue ich auf die Gegner. So muss man die Abgänge ganz schnell. So, vermute ist jetzt bei der Lowlife, bei der Lowlife geschützt. Wie könnte ich mir gestern lockt werden? Prinzipiell ist deswegen der Mage so fucking okay. Okay. It is hot down here, Kevin. Obvious. So, wollen wir jetzt so leveln? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Na gut, wenn wir nur noch leveln kriegen, ist okay, wenn nicht, dann nicht. Okay, der... Okay, der... Die, 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 die. Stimmt's? Uh, stein' hier oder? Da ist er, mein Friend. Reste in peace, mein Friend. Warte mal, ich will mal das testen. Das weiß ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht. Gibt der Dude was anderes, oder ist das scripted? Oh, ist das wirklich scripted? Jaja... Also, Splitt. Nein, lass mich nur ruhig, ich will nur die Abgänge, ja. Tschüss, 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 ja, ja. Okay, ich habe immer noch ein kleines Platz aufgenommen. Gib mich der Abgang. Ich habe das Problem, wir können wieder gestandelt werden, das ist ja nicht so schlimm. Ich habe das Problem, wir sehen uns. Wollte ich auch nicht benutzen, soll es einfach laufen. Ich höre nichts, das ist sehr gut. So, Trick 17. Zu spät. Shit, zu früh. Komm, ein Tick. Gib mir einen Tick. Nein, das war noch scheiße. Na komm. Nein! Na komm. Ach, diese Tick, die Firewall Ticks sind auch so blöd zu bestimmen. Na komm, Spiel. Ja, das ist nicht stark aus, dass ich die Truhe aufmachen. Komm, ein Tick noch. Oh. Ja, perfekt. Danke dafür. Das war close. Das war jetzt close. Ja, was? Ein bisschen. Würde, der hätte mich jetzt irgendwo anhitten können, so ganz lockerflogig aus der Luft. Hat er aber nicht. Das war jetzt mal besuchter. Hey. Ja, ja. Ich war auch schon einkaufen und so. Bin ich trotzdem so ein bisschen... Was? In lustiger Weise. Ja, ja. Ich hab's gerade selber realisiert. Das Lustige ist ja. Ich hab wirklich will. Oh ja. So, guten Morgeni. Ja. Hi. Äh, so. So, jetzt will ich erstmal euren Kanal wiederfinden. A, W, E, Swords. So. Bop, 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 bop. Ich wollte gerade fragen. Hört man uns überhaupt im Moment? Ja. Ja, ja. Ich hab's gerade gemerkt. Ich hab gerade gesehen, dass wir da auch noch online sind. Ne, ich hab schon aufgehört. Wie aufgehört? Run, oder was? Hä? Was ich am ersten Run schon machen kann, quasi so. Ach so, ja. Ich hab meinen Weg ja mal ein paar Minuten unterboten. Ah, ich wollte gerade fragen, war der so befriedigend oder so unbefriedigend? Das kann beides heißen. Der lief echt wirklich gut. Hm, okay. Äh, so. Übrigens, äh, für, also speziell für dich jetzt, Hashi. Ähm, Yuki wird dann nachher gleich bei mir mit dabei sein. Die hatte vorne angefragt. Du. Die ist selber Runnerin von dem Spiel. Mhm. Also. Ja. Das sei vollkommen euch überlassen. Okay. Ne, ich wollte ja nur bescheidern. Gehört sich erst euch. Ne, das ist vollkommen okay. Kann nicht einfach Leute hier einladen. Doch, kannst du. Das ist, als wenn ich bei Exo zu Hause bin und erstmal meine Freunde einlade. So Party machen und so. Ja, hypothetisch und ethisch. Oh Mann, oh Mann. Nein. Ich hasse es übrigens immer direkt nach Exo zu kommentieren. Oh mein, in der Sprüche gehst du das nicht? Ne, ne, das auch, ja. Aber, aber die habe ich verdient, das weiß ich selber. Ne, aber, aber. Aber wenn man 8 Stunden Exo zugehört hat, dann kling ich wie so ein 10-jähriges Mädchen im Vergleich. Ja. Ja. Ihr werdet nachher keinen Unterschied feststellen zwischen Yuki und mir. Weil ihr jetzt einfach auch auf diese Frequenz geprolt seid. Auf diese Schallwellenbereiche. Die Exo da so raus stößt. Ja, hören wir sowieso. Where would I put this? Oh Herr Schuss. Oh Herr Schuss. Oh Herr Schuss. Oh Herr Schuss. Hey, Win. Ja. Der Tiger hat mir was angefragt. Der Tiger? Ja. Ja. Was denn? Und zwar wie das mit Dime One aussieht. Wie lange du dafür genau brauchst. Weil er hat jetzt, die haben ihn ja zweieinhalb Stunden eingeplant. Mhm. 2 Stunden bräuchte er. Mhm. Also Stunde 40 circa. Mhm. Ähm. Und er könnte entweder einen zweieinhalb, äh 2 Stunden 50 Run zeigen. Mhm. Oder einen Stunde 40 Run. Achso. Ähm. Ja, er kann den 2 Stunden 50 Run zeigen. Dann mache ich einen Sonic Run. Dann mache ich direkt Chaos Emeralds. Und dann passt das. Ja, du müsst. Mhm. Also. Der Tiger grad da ist. Vielleicht kann der ja noch irgendwie reagieren. Hoffen das so passt. Wenn er nicht schon wieder eingeschlafen ist. Weil es doch so... Naja. Gut. So früh am Morgen ist es ja jetzt gar nicht mehr. Uh. 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 Ne. Ne. Hier. Uh. Direkter Abgang an der Bucke. User was moved to your channel. Hallo. Ah. Wer wurde gemoved? Das ist Yuki. Nein. Morgen. Oh mein Gott. Morgen. Ja. Er hat grad alles doppelt gehört und hat gefragt was geht jetzt ab. Achso. User was moved to your channel. Ja. Kannst du auch machen. So. Jetzt haben wir den Kanal endgültig übernommen. Ja. Jetzt zuerst. Tischerchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sollen erst mal. So. Ähm. Tiger. Oh Gott. Tiger. Ja. Wegen dem Tischer. Ähm. Ne. Tiger. Du hattest angefragt ob du den 2 Stunden 50 run zeigen kannst. Also. Ich sag mal so. Mir ist es egal was ich zeige von beiden. Das sage ich gleich mal voraus. Also. Ich kann entweder weniger Zeit nehmen. Dann habt ihr mehr Zeit. Oder ich kann. Äh. Wenn ihr mir mehr Zeit freischauf und dann kann ich den längeren run zeigen. Ich kann dir mehr Zeit reischaufeln. Ich habe ja eine Stunde angegeben und ich brauche für Sonic all Chaos Emirates maximal 25 Minuten. Also ich hätte... Ich brauche wahrscheinlich nicht mehr lange, also wenn ich jetzt hier kenne, kann ich durch. Ganz ruhig. Ne, und ich hätte ansonsten Any% und all Chaos Emirates gezeigt, dann zeige ich nur all Chaos Emirates. Ist ja fast dasselbe. Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt hast du kaum einen Unterschied. Im 6.2 kann ich dann ja nach dem Chaos Emirates mich absichtlich töten und dann kann ich mal die Any%-Gruppe zeigen. Ist ja eigentlich so das einzige Level, das sich gravierend unterscheidet. Ja, das stimmt. Wann können wir das so machen? Es sei denn, ich bin zu dem Zeitpunkt auf PB-Kurs. Obwohl, Moment, ich habe ja gar keine PB mehr, haha. Irgendwie sind die ja alle weg. Also, Livesplit hat das halt alles irgendwie gelöscht. Hm, kenne ich irgendwie. Ach ja, warte. Eure PBs wurden wenig akzeptiert, ja. Ja, gut. Wieso, deine nicht? Naja, mein, mein äh... Letzter Speedrun-Versuch wurde ja, äh, abgelehnt. Echt? Ja, aber nicht von Sonic. Nein. Ach so, ach so, ich folg grad an. Wen muss ich da hauen? So, dann drück mal die Daumen durch den Teleport-Bug-Krieg. Jo. Dann ist es GG-Easy. Drück die Daumen, ich hab mir die Daumen gebrochen, was mach ich denn jetzt? Ja, dumm gelaufen, würd ich sagen. Deine Sonic-Runs. Musst du die Zehn drücken. Boah, geil. So sind scheiße, wie geht das? Ja, ach. Nee. Mach doch nicht mal. Das ist schon so schnell unterwegs. Ach so, ja gut. Äh, warte mal, was soll das heißen? Schon mal 6-5 gesehen? Ihr seid dann zu kindisch, ich mach jetzt meine Prinzessin-Kinderüberraschung auf. Oh nein, nicht schon wieder. Oh ja. Ich hasse Minions. Jawohl. Ich liebe Kinderüberraschung. So, Hashi, das passiert, wenn du die Leute von German auf einen Test holst. Genau, darauf erstmal Karottensaft, Prost. Ich verstehe das Problem nicht. Halt doch noch so Karott, weißt du das? Muss doch schon orange sein mittlerweile, so wie du das signalierst. Nö, oh Gott, bitte nicht. Du kannst sagen signalierst, ja. Rottin. Wenn ich mir dann die Haare noch blond färbe, dann geh ich als US-Präsident durch oder was? Nee, das muss nicht sein. Ey komm, ja, aber selbst du hättest mir auch einen Kasten. Ei, ei, ei. Das war nicht wertend. Uff, uff, uff. Hashi, Hashi, soll ich dir mal mein Gear zeigen? Das ging bei mir äußerlich. Guck mal, ich zeig dir mal ein Gear. Weißt du deine ganzen Maler trinke? Ja. Willkommen dann. Achso. Willkommen beim Magier-Speedrun. Oh Mann. Ja, nee, ach, hier ist noch zu viel. Drei ist perfekt, danke. So. Jetzt spielen wir einmal. Perfekt. Eigentlich schön, so im Feuer zu stehen. Jaja. Das ist, das ist molllich warm, kann ich dir sagen. Das ist molllich warm, kann ich dir sagen. So. 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 Meins fühlt sich irgendwie zu Hause. Ja, ungefähr. So. 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 sein dass ich noch mal ganz zu zweck muss abgelehnt ich wurde mich angeschrieben ob ich mal zeit habe das soll wohl ganz schnell gehen wie immer geht immer schnell zeiger sein streams von wenige danach auf er schreibt sogar okay gut dann brauche ich gar nicht abhauen geht um irgendwelche rollen noch von so einem community das gott das sind durch noch nicht alles frage als als trainer eingetragen wenn meine arme schlecht und wenn sie so gesund habe ich gehört drei leben als du es mal weg habe ich ein problem so ein kleines aber das ist echt interessant ich sehe die ganze zeit dieses mimo und muss dann denken dass mein cameo partner jetzt im bett aus bin ich nicht in ordnung jetzt weiß ich nicht mehr jetzt weiß ich nicht welcher von uns welcher kreml da ist ich verstehe gerade ein wort aber egal bin ja auch ein bisschen der alter mann wärst du wieder wach gewesen hättest es auch kapiert ich bin seit ja ungefähr sagen wir knapp zwei stunden wach ja sag ich doch wärst du früher wach gewesen wüsstest auch was hier vorgeht ach so heute nacht irgendwann war es zwei stunden sind auch noch nicht so hast du vorher schlafen können wenigstens ja drei stunden kannst du auch so wenig da war zähne gestern abend noch die auf letzten spielen also bitte ja echt ja ja und ich habe dich erwischt und nein hallo denn da soll ich kawi sports unterstrichen sagen wenn ein ein einige leute liegen ja wert darauf dass der namen komplett ausgesprochen wird nein nein in dem fall nicht die mühe mache ich mir dann doch nicht da will ich hin das ist also mühe für dich ja 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 du kannst ja vorhin daran erinnern was denn mit der ablauferei mit der rog ja was denn was damit ach so das sind dann sehr laufend nicht nach dem magier ist halt wirklich teleport so wenn wir austappen ich habe euch schon mal rog oder oder krieger ich glaube krieger war der schlimmste war der ungern angenehmste so jetzt warten wir einfach noch nicht da war eigentlich schon er hat sowas droht ähm tim bei dem gewünssten namen musst du spezifizieren bei germans haben wir das phänomen wenn du in der besprechung da sagst hi chris da melden sich fünf leute gefühlt oder zehn oder wie viel auch immer also eine menge auf alle fälle das stimmt hi redwolf oh gott da fällt mir gerade ein redwolf du hattest noch eine anfrage an mich gehabt ne ja das ging beim ersten mal leider unter drück mal die daumen dass das funktioniert auf anheben so mhm morgen brosch morgen aber genau und morgen äh frusi Können wir einfach sagen morgen Adolf ja ich würde sagen mal nochmal neu err ne echt ja du biest exo 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 also wollen wir noch mal wollen wir noch mal eben kurz festhalten Flugkraft gibt es hier wirklich gerade Flugkraft zwei WRs an einem Abend 8 Minuten und ist so ein 23 RGG das WD bräuchte ich dann auch Hashi ja das kriegst du dann auch 23 RGG 1,39 ach so 1,39, ja ok ich hab zwei neue Weltrekorde hier aufgestellt so by the way kann ja mal vorkommen kann ja mal vorkommen bei der Rogue ist aber locker nur eine halbe Stunde Luft locker wenn es ANG mitspielt die mit ANG mitspielt alles klar Redwolf da bin ich erleichtert wie gesagt ich hab da überhaupt nicht mehr dran gedacht als du die Anfrage gestellt hattest da hatte ich gerade bei uns einen Comi-Test abgenommen und hatte nach dem Comi-Test obwohl das nur, weiß ich, eine knappe Stunde war hatte ich ich glaube fünf verschiedene Nachrichten schon wieder das ist einer der zweite zweiter WR mhm, heut schon jetzt glaubst du halt echt nicht mehr das zeigt, also ich kann das leider nicht machen weil dazu sind leider die der erste optimiert ja das ist leider auch nicht so wenig schafft es auch nicht ne 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 ich schaff's definitiv auch nicht das ist oder hab ich die WR nochmal bei Sonic eigentlich ne 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 bei Sonic nicht ich war eine ganze Zeit lang bester deutscher Runner ach so ok und dann kam IC ja und und Crystal of Ice die haben an sich nichts miteinander zu tun das Ice im Namen ist halt Zufall bei beiden ja aber die haben halt glaub ich innerhalb von ein paar Monaten haben die so hart die Rekorde da gebrochen mhm na ja IC der hatte das was ich in keine Ahnung zwei, drei Jahren aufgebaut hab ähm da ist er mit vier ne mit acht Sekunden rangekommen innerhalb von einer Woche und das war nur eine Frage der Zeit, bis er nicht Bis zum nächsten Mal.